Mit Trauerfahnen und Kerzen gedenkt der Landtag heute der Toten, die diese Pandemie seit ihrem Ausbruch vor einem Jahr gefordert hat. Seit einem Jahr lesen und hören wir täglich die Zahlen dieser Pandemie, die Infektionen, die Patienten, die Toten. Wir haben in dieser Zeit vieles gesehen, Solidarität, aber auch Unmut. Denn dieses Virus hat unser Leben verändert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch das Leben vieler beendet hat. Über tausend sind in dieser Zeit verstorben, oft ohne einen letzten Gruß, Ältere, Jüngere und auch manche, die gegen diese Krankheit im Einsatz waren. Wir wollen diesen Tag im Gedenken an diese Verstorbenen begehen und wir wollen allen nahe stehen, die einen lieben Menschen verloren haben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!